hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge portal 2 wir spielen heute mit dem mudan die map deathpool 44 eine nagelneue map noch nie gespielt schauen wir doch mal noch nie gespielt noch nie bewertet nagelneu seite 1 bei neuesten da braucht jemand platz auf dem editor ein fahrstuhl macht da irgendwas du hast ein fahrstuhl gefunden ja da weißt du was dann vielleicht doch gleich mal fahrstuhl wir haben nicht hier oder klar wird wozu wir können mal knapp ja der ist ja ja ich habe ihn schon gesehen bleibt auch an er bleibt an ok aber was soll das wieso sind hier diese säure dinge überall weißt du ich lass mich mal noch da rüber erst bleiben ja manchmal weißt du ich guck mal was da oben ist fiese laser ich habe hier noch ein button das ist gut warte mal warte 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 jetzt bitte gut ich schwöch wie ich machen muss kannst du noch mal aufmachen bitte so jetzt noch mal warte dort hin ich soll hier warten naja an dem knopf ja ok dann drücken bitte so jetzt habe ich ihn wirkte ich werde ihn einsetzen ich werde ihn auch einsetzen da vorne bei dir oder was ne ich guck grad wo soll der laser hin da muss der laser hin aber gegenüber ist keine fläche ich glaube ich habe eine idee so schon mal gut nein habe ich nicht wenn du eine schräge wand findest sag mir bescheid ja mein bestes weil dann könnte man das da schräg rauskommen lassen lassen weil so bringt das irgendwie nichts da kommen wir her ne ja was sollen die schweiße hier eigentlich ja dann können wir das hochfahren wo kann man den nächsten der nächste ist der da wird der auch oben kannst du mal gucken ne drücken mal der geht auf die etage ok und dann gibt es hier noch den wieso sind die laufwege für so ein richter so lang der geht auf und der geht da ganz oben dann nehmen wir doch den dann lass mich mal rein ja ich wollte mich fast umbringen damit gut ich brauch hier nen würfel ok dann brauchen wir doch den würfel ne ähm wer war jetzt der eigentlich damit das geht der warte mal vergiss es vergiss es ich hole erstmal den ball ja dieser kriegen wir das noch hin immer noch kein sprinten hervorsprung moment oder wachsen knallhart bestraft werden oder ja komm zu mir sind vielleicht ganz nette rätsel damit dabei aber wenn das so einfach geht dann kann man es halt so einfach beenden komm zu mir ja geschafft eins auf ja an dem map creator bitte nochmal nacharbeiten so kann das nicht gedacht sein dass wir hier beide durchkommen ähm vielleicht dass man da irgendwie noch was aktivieren muss um die tür aufzukriegen so ja irgendwie sowas nur noch ein wert mehr den man aktivieren muss ja modern ähm keine bewertung oder keine bewertung ne sind wir so fair dass der hat noch keine ähm der muss einfach nur noch mal nacharbeiten gut bis zum nächsten mal tschö tschö